Hallo, liebe Tiefstierfreunde, zu einer neuen Ausgabe von Age of Empire 3 Definitive Edition. Die Kampagne geht weiter. Los geht's. Da seht, die Spanier. Die Schatzflotte muss ganz in der Nähe sein. Wer ist das? Das ist mein Befehlshaber, Alan. Er muss meine Nachricht erhalten haben. Ausgezeichnet, Morgan. Ihr habt alles erreicht, worum ich euch gebeten habe. Ich reite landeinwärts und hindere die Spanier daran, den See zu erreichen. Was soll ich tun? Erobert ihre Schatzflotte. Ihre geraubten Reichtümer sollen uns beim Wiederaufbau unseres Ordens helfen. Einen Augenblick, alter Mann. Elisabeth, bitte. Ich kümmere mich darum. Morgan, wenn die Angelegenheit mit den Spanien vorüber ist, müssen wir uns über eure Freunde unterhalten. Hm. Die Küste Floridas ist übersät mit spanischen Fohrs. Wir müssen einen sicheren Landeplatz suchen. Spanische Galleonen voraus. Fertigmachen zur Schlacht. Oh. Wir müssen die Burstableager machen. Es ist mein Schiff. Wir haben ein Schatzschiff besiegt. Was? Wie? Danke. Was ist hier los? Ah, hier. Ist das jetzt Karpin oder was? Ah, hier. Aha. Beigemann, beigemann. Wo ist das? Ist ein Tun dabei, das gefällt mir gar nicht. Ist das nicht? Ready! Lay on! Schauch, ich bin auf die Mission. Ich bin auf die Bicain zu uns. Ich bin Schauch von der Riosi. Ich bin auf die Bicain. Ich bin auf die Bicain. Ich bin auf die Bicain. Hier geht's. Erobert, genau, wunderbar. Das ist die Frage, wo wir unser Lager aufschlagen. Das ist die Frage, wo wir unser Lager aufschlagen. Wir haben gesehen, wo die Spanier ihre Schatzschiffe versteckt haben. Wir werden sie euch zeigen. So weiter. Ah ja, okay, gut. Da oben ist ein Mix, okay. Wir bauen hier unser Zentrum hin. Scherz. Halt, stopp. Negator. So. Das läuft. Gut. Dann brauchen wir hier jetzt eine Krise. Dann brauchen wir einen Stall, würde ich sagen. Und einen Marktplatz. Wir haben ein weiteres Schiff erobert. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Ja, Mann, Mann. Scheiße. Schaue. So, wir haben das und das haben wir. Da habe ich jetzt noch Holz, genau, Holz brauchen wir mal. Holz. Nahrung ist hier. Nahrung wird hier. Die können alle zu mir, wenn es passt. Warten müssen wir Holz haben. Jetzt Parfum. Genau, sei gut. Das brauchen wir nicht, das brauchen wir. So. Moment. Zunächst ist noch eine Geschützgießerei. Drehbricht. Imenesor. Ivolk. Vorster. Ich will. Ich will. Ich will. Ich will. Gut, das läuft. So, war noch ein Siedler. Okay. 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 Hier geht's jetzt, ab geht's. Woll. Was? Haben gar nichts. So. Jetzt rüst die Gießerei. Okay. Das passt. Die Mission. Die sindò inte gestartet. Und 2023. Sie sehen. Geht euch. Die Mission. Geht euch. 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 Wir haben ein weiteres Schiff erobert. Korea. Jakku. Kommandament. Wricht. Schauwch, am Teichser. Demission, Schauwch, I'm at demission. All right. Ready, yes. It's one. Yes. Yes. Forster. Yes. Give it! No! All right, Moldovan. Avance! Hey, do it. I'm a big shot. Don't move. Don't move. Here we go. You remember that? So. All right. Don't move. We have more own sch Lisa. We've got more management in bombardment. Can you go? As it says. Yes? They are useful. so wunderbar läuft von beiden seiten haben wir jetzt das vor zerstört wunderbar es fehlt nur noch ein schiff wir müssen jetzt noch die spanischen forst eigentlich ausschalten weiter geht's das ist ein schatz das ist ein schatz so laufen wir weiter ja hier da kommen sie schon so schauen wir hier feines ah ja haben wir den Feuer ja Auf geht's. Obvious. Ich will die Karte aufdecken hier, wenn noch irgendwo ein Vor ist. Aber ich glaube, das kennen sie mir, oder? Genau, haben wir alle erreicht, äh, oder bisher zerstört. Das geht weiter. Wir müssen hier hoch. Wir haben dort zwei Reiter hier, oder? Die kommen auch noch mit. So, wir müssen da hinten noch das eine Schiff kapern oder, ja, kapern und Delgado ausschalten. Wo ist Delgado? Oh. Kommt mal runter, man. Avanze! So, wir hier. Ah ja. Das brauch ich. Äh, dann kann ich noch, ähm, die Schatzflotte gehört uns. Oder so. Okay. War es ja schon, oder? Nein, noch nicht. Nun, Sahin, deine spanischen Freunde haben dich wohl deinem Schicksal überlassen. Wenn du mich tötest, kann niemand mehr den Zirkel von Ossus aufhalten. Gut gemacht, Morgan. Die Schatzflotte ist unser. Und meine Männer kontrollieren den See. Ich warne euch, wie ich die Konquistadoren gewarnt habe. Der Lago de la Luna ist eine uralte Macht. Treibt kein Spiel mit ihr. Morgan? Warum ist dieser Wilde noch am Leben? Die Inka standen uns gegen die Spanier bei. Warum sollten wir sie töten? Ich bin Großoffizier. Und ihr habt meinen Befehlen zu gehorchen. Richtet den Türken und die anderen hin und trefft mich dann am See. Begreifst du, Franzose? Du wurdest hereingelegt. Ruhe! Wach endlich auf! Der Zirkel von Ossus ist an dem See interessiert. Er hält ihn für den Jungbrunnen. Ich wollte nur verhindern, dass er in die Hände des Zirkels gerät. Und in die von allein Mägnen. Was redest du da? Alan hat sein Leben dem Orden verschrieben. Er ist kein Mitglied des Zirkels. Morgan? Er hat recht. Alan ließ euch hier gegen die Spanier kämpfen und eiltet zum See voraus. Er hat euch benutzt. Lasst ihn frei! Ich traue keinem von euch. Aber ich weiß nicht, was ich von Alans Taten halten soll. Ich schaue mir diesen Brunnen an und treffe dann eine Entscheidung. Nur Verrat hier. Tja, das war es mit dem nächsten Abschnitt der Kampagne. Wenn es euch gefallen hat, Daumen da lassen, Abo nicht vergessen, rechts um die Playlist. Und ich sage danke und bis zum nächsten Mal. Tschüss!